Für mich ist es das erste Mal fischen. Aber es macht mir extrem viel Spaß in der Natur. Ich bin gern, aber es ist ein bisschen mühsam, wenn nichts anbeißt. Aber die Zeit nehmen wir uns. Ich finde es sehr cool, sehr entspannend. Ich habe mich nicht leichter vorgestellt bei so einem Fiessteig. Jeder sagt immer, dass ich einen Fisch fange. Entweder bin ich total talentfrei, talentbefreit. Aber es ist trotzdem ein netter Tag, ein schönes Tag. Es entspannt schon ein bisschen. Einen Haifisch habe ich kurz an der Ange. Im Michel habe ich kurz an den Ange dockt. Beim Leiberl. Aber sonst muss ich mich noch von Algen und Seekras ernähren, glaube ich. Eigentlich so, dass ich einen geworfen habe und gleich mal einen dran gehabt habe. Und der ist mir dann im letzten Moment entwischt. Also eigentlich kurz bevor ich einen in den Cash rein wollte. Und dann beim nächsten Mal auswerfen ist es gelungen. Also irgendwie war es vielleicht am Anfang ein Glicks. Ich schätze mal. Jetzt ist schon länger nichts mehr gegangen. Ja, für mich ist es auch eine gute Abwechslung. Das ist einfach eine ruhige Sache. Da kannst du ein bisschen über etwas nachdenken. Ich habe eh gerade mein Mittagessen rausgefangen. Das passt. Und jetzt schaue ich bei den anderen ein bisschen zu. Und vielleicht kann ich ihn erheben.